einen wunderschönen liebe leute und herzlich willkommen zurück hier zur pokémon hartgold und soul silver soul link mit dabei ist der adam hier tschüss sprenger ja und wir haben ein paar pokémon verloren da war ein tolles pokémon bekommen mit europi ja und ich hab's enter bekommen für uns geht's heute neben den knofensertoren wir dürfen erstmal gegen ein paar trainer kämpfen und ein pokémon ok moment pokémon bin habe ich nicht drin pflanze ja ich habe zwerg vorne ja ich glaube ich nehme center vor muss ja auch nach trainiert werden ja das müssen sie auf jeden fall noch leute wo ist dieser turm im norden der stadt über die ganzen brücken rüber man muss dann über treppenleitern hoch nach oben und so da ist er hier gab es früher rettern also normal gibt es rettern und nebulak so viel ich das weiß ok und was kann dieser und tag so wie hier im auch wütend der turm steht felschen fest eckhardt eckhardt will kämpfen wir hatten dieser samm natürlich ich habe erwarte mal also ich habe hier also ich bin schon beim ersten random encounter ok was hast du ein kiel ja alter muss auch was das kein dings macht kein teleport vielleicht direkt fangen versuchen zu fangen musst du bist du ja komm haben noch vier punkte bälle ich bin nämlich beim trainer und teleport nein ist aber wer fast drin geblieben ja kriegst geschenk weil und warte mal was war und teleport gut dass ich noch nicht getroffen habe ja gut aber bringt demnächst mehr aber wo ist ein encounter ach da oder herr wo waren sie ein kater bei dir ich hätte auch gar keine kontakt über eckhardt rinder mit den trainer meiner 8a 8a alter offen mit lebenschein du scheiß gebunkel soll es noch ein pokémon was man nicht fangen kann und bin gespannt was ich den gleich gekriegt hätte eckhardt hatten evo die denkt daran evo die entwicklung einer von uns was kriegt für den anderen angucken geschenke seid wenn wenn es mal schaden macht macht gut schaden definitiv kann man und beim dran meist ja dann müssen wir gleich bescheid und was hat jetzt noch was hat er bei mir noch ein charme es sei mal alles lehmer bitte macht keinen gift folgen und scheiß hat alle kp hat geht daneben na endlich tschüss aber es macht aktuell recht gut recht oft schaden hier bei mir ist geschenk doch recht nützlich sein ja wenn es dann mal ne so kommt zwerg gehen weiter und dazu hatte ich habe ein schutzband gefunden ich gebe das mal schutzband schutzband reduziert begegnung mit wilden pokémon alles klar was habe ich hier mentalkraut also ich krieg noch kein encounter hier die ganze zeit nur trainer komisch also ich habe hier direkt weil als ich oben war ein encounter bekommen helmut jetzt kommt er ist erlöst pokémon von anziehung hä anziehung ist was kann ich nochmal äh das ist pokémon sich verliebt sonst dann ist es dann ab und zu nicht angreift ach nö lass die gifte stecken es ist leider wir sind ja eigentlich nur gift trainer keine ahnung eckhardt war einer und helmut ist auch einer so helmut ist bei mir war blut wenn wir flug oder noch mal noch mal hat es ja gerade schon wenn das jetzt geschenke ein bar zirka level 6 das ist jetzt geschenkt ein und das macht zu geben ja schon das ist halt das ist gut war blude bis sie damit kann ich center ist ein bisschen hochzuleff 2 sie austauschen noch mal evo die also noch mal normal trainer kann ich gleich aber jetzt kann ich gleich kein geschenk mehr einsetzen weil out of ap trüffel mach du das mal ok jetzt ok jetzt wechsle ich mal ein komm blubs 2 blubs 2 electric boogaloo auch mal blutzucker noch mal auf aufzusetzen ok ok die wurde besiegt erhält erstes highlightern und pipi das wird das nur vier vier items einsetzen ok alter könnte es mal könnte es mal entblockiert sein ok also ist der tägliche schwache ja deswegen hatte ich mit bübs auch so viel spaß mhm komm pflanze dann bist du jetzt dran so tschüss blut noch alles klar ich glaube zwei erreichen fünf helmut auch nö auch nö kommt mit schlecker an ach es kann paralysieren ich habe kein paar reitungen und mich nur so kommt an was für cancer pokémon ab das machen wir jetzt herkampf oder was ja dass du keine reine markanta bekommen ist ja du hast du gerade zeit bei meiner attacken ausgesetzt ich muss ich habe den superball gefunden den hätte ich vorhin gebraucht super 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 zeige ich erstmal mein zwerg ok zitter wie laub und wind los center ah das ist auch ein i2 oh zweimal darf ich ihm noch geschenk geil ich habe einen expertengurt bekommen was ein expertengurt und der macht was der erhöht den schaden von sehr effektiven attacken oh schick ok ich darf ok ich kann mit sensor nicht mehr angreifen und das ist auch noch geschenke ich hätte okay gut traurig nicht nach was ein random account da sind die verschiedenen was nico 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 ja traue ich jetzt nicht so nach wer bist du denn ist der glaubt im wind ach bis jetzt auch bei trainer bei weißer ludger ludger wo ist der atlef der hat natürlich einen knofensern hier hat zwerg draußen sag ich muss das schon wieder ein gift trainer dann bin ich irgendwie so ein bisschen komm da ach der kann auch schnapp au ok der kann schnabel dann sollte ich vielleicht doch mal noch ein anderes pokemon nehmen da haben wir ranken lieb da kam der ranken lieb da kam der ranken lieb ich muss halt irgendwie meinen sonke noch leveln aber das will ich jetzt nicht hier machen sonst verliebe ich das auch noch das ist auch schon wieder ein gift trainer dann müsste es irgendwann ist irgendwann ist es hier ein gift turm gift turm für dich hast du ein schwangini vor du oder so nein was war denn das pokémon gerade gewesen mit schnabel das war dodo was hast du jetzt mauzi das ist ein normal turm weil ich hab ein gift turm und pflanzt ist level 10 aber natürlich gibt es sich 20 21 ok hier muss ich jetzt mal pokémon austauschen so jetzt hat ich keinen bock mehr noch ein knofenser da kann ich aber charib das nicht drin lassen nein nein fällt das pokémon klettern ich möchte ich lebe das haben wir unter dir natürlich natürlich was wer ist zwerg war gleich noch mal okay natürlich weiß ich habe aus versehen zwerg eingesetzt wer macht er macht rötchen geht was ist ist ein läppeln Das sind also da sind wir schon viele verluste und wir sind noch nicht mal bei der arena Ja, ich habe auch so sehen dass es trotzdem wir so typischen schritt weißt Jetzt habe ich eine menge möncher hier nicht gegen die kämpfen darf hier Eine weiße Detlef hat einen pipi. Da ist Detlef, sag ich doch. Ich wollte gerade sagen wo ist Detlef? Jetzt fehlt noch Horst Weißer Horst? Ja Jetzt fehlt noch Horst. Horst fehlt auch noch Schambolzen Das ist Level 6 Schlimmschelle, okay Gut, dass ich die Pflanze selbst halt Ja gut, dann musst du jetzt leider wieder weg Okay, ich glaube ich sollte ich hätte vielleicht dann doch das andere nehmen sollen hier das andere Altsam Welches andere Altsam? Weil es ist mein Pflanze von nadeln pipi verliebt So Bisschen Bisschen Liebe Bisschen Liebe Alter Darf ich mal angreifen nochmal? Danke Ne Stavor Liebe, ja Sonst muss ich mich jetzt gleich wirklich Ah, jetzt neid Ein Kingstein, ja Es fängt wieder an Es fängt wieder an Okay, ich darf heilen So bist du Du bist der Detlef, ne? Du musstest ja Detlef Letzter Trank von mir Ja, ich habe auch nur noch zwei Ich habe gerade geguckt Nebulag Du hast aber Schwebe Ich kann keine Bodenattacken Könnte ich einsetzen Oh, er geht doch, danke Habe ich mal ein bisschen gespeedet, weil Hat ja nicht sein können Ach nö, Hypnose Okay Du weißt du mit speeden Super, mein Fabius ist paralysiert Aber ich habe zum Glück In der nächste weise Spezialität habe ich zum Glück Und was bekomme ich hier Weißer Lukas Mit Mauzi Mein King Alles Keller Lola hat dann Shiny Mauzi Da, ne Gibt es überhaupt Shiny Mauzi Ist keine Ahnung Ja klar Ist wie von jedem Pokémon Shiny Echt? Aber wie gesagt Das gibt dann so einen Sternkranz Drumherum Wenn es ein Shiny ist Na gut Das ist von Das ist ein Trainer Pokémon Oh, das war ein Kritt Shit Mauzi Ich habe keine Tränke Mir ist schlecht Wie soll ich jetzt meine Pokémon Hören Pflanze alle entwicklen Oh Gott Oh, da vorne ist ja noch der Rivale Ja, wir gehen muss man nicht kämpfen Nicht? Du musst nur gegen Weisen Der vor ihm steht kämpfen Das ist so gesehen Der Arena-Leiter hier Also die richtige Arena Oh nein Tomleiter Oh nein Fäng der Kampf automatisch an Ich glaube nicht Bitte Weil sonst habe ich ein Problem In Golf Okay, nee, muss ich nicht Puh, ich sollte nämlich jetzt zurück Ich sollte nämlich Pokémon heilen gehen Oh, ein Render-Mein-Counter mit Habitag Oh, Alter, knapp Trüffel, du bist gerade Julian ruft an Wie geht's? Erden sich noch an mein cooles Weberack Das ist was Besonderes Das Weberack Das ist klar Ich habe das Level 9 Ich gehe erstmal heilen Bevor ich wieder irgendwas mache Ja, ich kämpfe gerade noch gegen Ingolf Ach, Ingolf? Ingolf ist Der rechte Weiser Achso, den habe ich noch gar nicht Und Knopf wie Weil ich erstmal heilen muss Ja, das will ich auch gleich Bevor ich gegen Irgendwinn kämpfe Beziehungsweise mich auch gleich mal verabschiedet Von einem Von meinem Boss Boss Ach, du wirst den Boss ja sowieso nicht haben Ja, und? Das ist aus dem Pokémon weniger So, Schutz eingesetzt Und jetzt erstmal runtergehen, ey Ach, du hast Schutz gekauft? Nö, gefunden Ach Also erstmal hier vom Boss verabschieden Na, geht die Treppe hoch Die Leiter So Mal ablegen Wo ist Boss? Da ist Boss Und frei lassen Tschüss Wir haben noch drei Pokémon Der Boss ist weg Ich darf jetzt eigentlich noch ein Pokémon fangen, oder nicht? Oder Arena Oh shit Den dreien müssen wir jetzt nicht auskommen Uiuiui So ist das ja noch Von der Arena wird Das heißt auch, dass wir nach der Folge All auf Level 12 Was wir trainieren Mhm Okay Ding, 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 ding Okay, dann gehen wir mal nach oben Ich sehe es bei mir schon kommt Das wird bei mir eine Wasserarena sein Dann haue ich den heuchigen Tisch Okay, dann jetzt noch mal hoch In Pokémon Knopffenzerturm da Da oben war noch ein Item So, Zwerg Ich sag auch mal Tschüss Tschüss zu dir Dick, da ist zwar eine Glaskanone und Dick Tri Aber trotzdem ist es halt auch gut Schaden gemacht Und Tschüss So, und das Item hole ich mir jetzt dann noch Mach das Ich muss auch noch gleich da wieder hochladen Ich möchte auch Und was ist da oben Wechselhülle Also Müll Kann man verkaufen Ja, ich habe mir drei Tränke kaufen Ja, stimmt, habe ich jetzt vergessen Wechselhülle Ja Kann ich irgendwas verkaufen Hier mit Honom 100 Wow Gegen Stein 50 Wow Okay Sonst habe ich nichts Dann kämpfen wir mal gegen den Weißen Der Chef da oben Weißen Der Weißes da Marek Hat einen Charme Also bei dir wahrscheinlich wieder Gift Ja Und jetzt wollte ich nach oben kommen Ja Dann Dann Ja Ja, seine Pokémon sind irgendwie am höchsten Also wie gesagt, das ist so ein Arena Light Typ da Boss und was ist das mal cap 13 oder 12 trainieren das brauche ich nach dem nicht mehr ich glaube da mal nachdem ist mein pflanze entsprechend level 12 13 ja gut was geht ja wenn ich dann das geht ja relativ schnell was hast du jetzt hier ein dodo oh scheiße oh scheiße dodo nein da kommt center an der benutzt fluchtseil dann benutzt du mal fluchtseil und ich gucke mir das item an und ne jetzt noch ein randomer charakter ein super hat jetzt ja auch ja sagen wir mal so desto hat mir gerade ein krit reingehauen jetzt muss ich doch ein pokémon auch mal wechseln auf pflanze und ich habe mag ich weil wegen schnabel das ist sehr effektiv und so also mache guck mal wickel macht hier der mensch over time wir können es doch auch sehr dank voll treffer auch gott sei dank gott sei dank das dodo weggekrittet das hätte recht level 8 und noch eine starre lindy ok also da wären ob sie so schön gewesen hier effektiv und pflanze ist dann nein ja so satt schnabel sagt mir mit schnabel weggekrittet ja es ist vorbei es ist schon oh lol ich habe noch center mit 1 hp hat sie überlebt alles klar das ist doch ein witz wunderbar das heißt du hast noch mit europi und trüffel ja komm was habe ich habe nur noch center und dann ist da auch mit beim kampf bären kräft ja gut du musst nichts daraus holen wahrscheinlich schafft das tun ja ich glaube das war's das kann doch vor allem das hat auch noch ein hp also ein rendement kanton die bedauern wenn ich mich kann bitte kein wanderer pflanzt pokémon bitte kein pflanze naja dazu wollte ok gut schreibt es hat den kampf gegen ein knuspig hat er überlebt oh wende man kann da jetzt lasst mich bitte jetzt lasst mich bitte flüchten ok das wird ein sehr interessanter trainer kampf aus dem grunde dürfen wir trainieren weil sonst sind so pokémon überpowered nein bei mir noch nicht aber ja ich habe halt nur geschenkt man schreibt es ist level 10 vielleicht jetzt noch etwas trainieren dann erst mal ja und dann vor allem hier ich mit internet der woher geschenkt wenn wir das jetzt verkacken wenn wir das nächste mal gleich randomisend das egal wie stark die pokémon sind inwiefern ja wie beim letzten mal weil wir uns also da die starter genau ok ja gut aber ich glaube das war's dann eh ich war dran ne ne ich bin dran gewesen aber ich muss jetzt erstmal will ich mich jetzt erstmal vom pokémon verabschieden ja das habe ich auch schon gemacht oh man alter es ist irgendwie es soll nicht so sein ne ja das letzte mal am weitesten wie gesagt sind wir gekommen als wir da echt die pokémon die wilden pokémon gerandomist haben unsere starter pokémon man jetzt wird doch mal eine box drinne ich drücke mal die falschen knöpfe hier so und tschüss tschüss trüffel doch trüffel ist weg und speichern dich trüffel du sollst nie Fabius du musst leider auch gehen starter pokémon tschüss ja leute ob wir dieses wunderschaffen beim nächsten mal mit einem einzigen pokémon den arena-lein zu besiegen das seht ihr beim nächsten mal also trotzdem Daumen drauf werfen bei Kanäle abonnieren und dann sehen wir das nächste mal wieder tschüss Bis zum nächsten Mal.